FTX darf nun Kryptowerte liquidieren und damit auch auf den Markt werfen. Das hatte Panik ausgelöst, aber was ist eigentlich dran und was genau wird hier verkauft? Das schauen wir uns mal hier im Video an. Hey und willkommen bei der Kryptoeule. Es gibt spannende Nachrichten rund um FTX. Wir wissen seit Mittwoch, den 13.09. ist es bekannt, dass sie ihre Kryptowerte liquidieren dürfen. Und das hatte natürlich Panik ausgelöst, weil wir hier von einer Summe in Höhe von 3,4 Milliarden US-Dollar sprechen. Und wenn diese auf den Markt natürlich geworfen werden, wäre das natürlich krass. Aber sie dürfen nicht alles auf einmal werfen. Das schon vorweg gesagt. Deswegen schauen wir uns mal genau an, um was es hier geht. Insgesamt geht es um 3,4 Milliarden US-Dollar, aber nicht nur die Kryptowerte, sondern auch Immobilien auf den Bahamas. Darum geht es. Und diese werden verkauft und damit werden die Schulden an die Gläubiger bezahlt. Aber natürlich, wenn man solche Summen hört, gerät man erstmal in Panik. Keine Frage. FTX besitzt relativ viele Kryptowährungen und im Rahmen dieses Gerichtsverfahren mussten sie das Ganze natürlich offenlegen. Dazu gibt es einige interessante Bilder und Statistiken und das neueste und auch aktuellste ist das hier. Und zwar, das sind die Assets, die FTX sehr wahrscheinlich liquidieren wird und vor allem auch kann. Die blauen Balken sind das, was sie besitzen, also die Total Holdings. Und das orange ist das, was sie überhaupt an liquiden Positionen verfügbar haben. Bei Solana sehen wir zum Beispiel, sie besitzen am meisten SOL-Token. Das ist das, was ich euch immer wieder gesagt habe. FTX ist einer der Hauptinvestoren von Solana gewesen. Und mit dem Verfall von FTX, keine Frage, ist es auch Solana an den Kragen gegangen. Man kann es im Chart sehr schön widerspiegeln und natürlich auch in Investitionspapieren sehen, dass FTX bzw. auch Alameda Research beide, das ist das Interessante an dieser Stelle, beide investiert waren und das sehr groß in Solana. Ja, aber diese SOL-Tokens sind nicht alle verfügbar. Da schauen wir gleich nochmal genau drauf. Bitcoin sind auch relativ viele, das sehen wir hier. Diese werden sie nach und nach verkaufen und der Verkauf läuft auch schon. Aber das Ganze wird viel über OTC-Handel ablaufen, also over the counter, sprich via Mittelsmann oder so wie man sich das klassisch vorstellen kann. Es treffen sich zwei irgendwo auf dem Parkplatz. Der eine hat den Geldkoffer, der andere den USB-Sticks mit dem Bitcoin und dann wird das Ganze übergeben und du merkst am Preis davon gar nichts. Weil man muss natürlich ehrlich sein, man verkloppt hier viele Bitcoin auf den Markt und wenn man die einfach auf der Börse via Market Order so hier jetzt 100 Millionen Bitcoin verkaufen, also 100 Millionen Dollar in Bitcoin verkaufen, zack, geht der Preis natürlich nach unten und man kriegt automatisch, keine Frage, einen schlechteren Preis und nicht nur, weil da jetzt 20.000 steht, kriege ich jetzt 20.000, sondern man kriegt natürlich die Position komplett nach unten, vielleicht bis zu 15.000 als Beispiel. Und schon hat man natürlich seine ganze Macht, beziehungsweise sein ganzes Geld verbrannt. Also wird das Ganze, und das läuft auch schon, OTC ablaufen, damit man auch den festen Warenwert oder den festen Bitcoin-Wert erhält für den aktuellen Preis und nicht etwas drunter. Das ist natürlich auch im Sinne von FTX, den Gläubigern und natürlich auch dem gesamten Kryptomarkt, die nicht wollen, dass hier auf einmal so viele Kryptowährungen auf den Markt geschmissen werden und die Preise nach unten gehen. Aber natürlich geraten erstmal viele in Panik, weil sie nicht genau wissen, was passiert jetzt? 3,4 Milliarden US-Dollar auf den Markt geworfen in Kryptowährungen und Bitcoin ist mit dabei, oje, das hat natürlich den Bitcoin-Preis in den letzten Wochen spürbar nach unten gerissen. Schauen wir gleich nochmal drauf. Das nächste ist der Führung, da sieht es sehr, sehr ähnlich aus. Bei der Führung, genau das gleiche, wird hauptsächlich OTC verkauft werden. Die nächste Position, die wir sehen, ist Aptos, APT-Token. Da ist es genau gleich wie bei Solana, nur, dass sie investiert haben und wir wissen, wie viel sie an Token besitzen und was der aktuelle Wert ist. Aber das Ganze ist noch nicht liquide, weil sie hier einen Vesting-Plan haben. Sprich, wenn du frühzeitig irgendwo investierst, dann wird dir von Anfang gesagt, pass auf, das Ganze, der Vesting-Plan, der läuft zwei bis vier, fünf Jahre, wie auch immer, ist festgeschrieben und erst dann bekommst du deine Token bzw. deine Coins unlocked. Also dann bekommst du sie zur freien Verfügung. Vorher, je nachdem welches Proof-of-Work oder Proof-of-Stake oder was für ein Modell das Ganze hat, welche Blockchain hier benutzt wird, kannst du eventuell deine gelockten Coins bzw. Token schon staken und eine Rendite darauf erhalten. Und diese Rendite, die ist dann in der Regel frei zur Verfügung. Deswegen reden auch viele davon, dass große Wallets staken und ihre Rewards direkt auf den Markt kloppen. Weil natürlich, wenn man Gewinn hat, dann nehmen sie die auch gerne mit. Das sehen wir oft in vielen Proof-of-Stake-Blockchains, die einen Pre-Sale bzw. Seed-Runde hatten. Danach sehen wir XRP, ziemlich gleich wie bei Bitcoin und der Firmen. Sie besitzen hier eine gewisse Summe an XRP und diese werden sie auch auf dem Markt bzw. hauptsächlich OTC verkaufen. BitToken, WBTC, STG, da sehen wir auch direkt, der orange Balken ist nicht voll ausgefüllt. Da haben sie auch noch einen Vesting-Plan und natürlich müssen sie diese einhalten. Also diese Vesting-Plans, nur weil jetzt FTX um die Ecke kommt und heißt, FTX hat doch da investiert. Wir brauchen jetzt die liquiden Mittel, um die Gläubiger abzuspeisen bzw. denen das Geld zu geben. Dann müssen wir doch direkt da rauskommen. Nein, auch sie müssen sich an den Vesting-Plan halten und auch das hat das Gericht so beschlossen. Vesting-Pläne sind einzuhalten. Also auch da das gleiche STG-Token, da haben sie auch frühzeitig investiert. Dann ist auch Doge dabei, WETH, TRX, Matic und GT-Token. Das sind die größten Positionen, darunter kommen noch viele kleinere, muss man an dieser Stelle sagen. Aber ich glaube, die größten drei sind hier ganz klar bekannt. Und wenn wir auf den Chart schauen, sehen wir, dass es bei Solana ziemlich an den Kragen ging. 15. August, das ist der Zeitpunkt, Groundabout, ein Tag früher oder später, ist immer ziemlich schwierig, wann, wie, welche News gebracht wurden und wann genau die Mehrheit davon erfahren hat. Ist der Zeitpunkt, wo bekannt wurde, FTX möchte verkaufen und hat das Ganze als Gerichtsvorlage bzw. vor Gericht gebracht, um hier einen Beschluss zu erhalten. Und daraufhin ging es dem Solana-Kurs an den Kragen. Satte, fast 32, 31,7% aufgerundet, sehen wir hier, ging der Kurs seitdem nach unten, was natürlich negativ war für alle Investoren und natürlich für alle, die an Solana glauben, wenn FTX verkauft. Weil natürlich jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, wusste, FTX besitzt sehr viele SOL-Token bzw. Solana-Coins. Und das Ganze hat natürlich zu einem Kursverfall geführt. Nachdem das Ganze dann aber bekannt wurde, am 13., das ist hier der Tag, also Gerichtsurteil, sie durften verkaufen und dann kamen erst so die richtigen Zahlen, die dann an die Öffentlichkeit kamen. Und zwar genau diese hier, dass man sieht, hey, es sind gar nicht so viele, die sie auf einmal verkaufen können. Dann gab es viel Verwirrung um diese ganzen Solana-Token bzw. Solana-Coins. Aber wie gesagt, dann gab es einige Berichte darüber. Und zwar ist es so, dass aktuell von ihren Beständen das größte Solana ist. Das haben wir gesehen. Davon sind aktuell nur 13% sofort liquide. Also die können sie sofort verkaufen, ob OTC oder Börse. Das ist ja dann immer ihnen überlassen. Weil man könnte natürlich auch auf der Börse immer kleinere Positionen verkaufen. Ich sage mal, zum Beispiel pro Stunde 10 SOL. Wir wissen, MicroStrategy hat zum Beispiel in 5 Minuten Takten Bitcoin eingekauft. Immer ganz kleine Positionen. Vielleicht, wir wissen es nicht genau, wie viel es waren. Aber genau das könnte natürlich auch FTX hier machen, um hier Solana abzustoßen, ohne den Preis nachträglich zu beeinflussen. Immer nur ganz kleine Positionen, immer gewisser Zeitraum. Oder wirklich, da sitzt einer jetzt auf der Börse, ich weiß nicht, bei Coinbase oder so. Und schaut ganz genau, oh, guck mal, hier ist eine Market Order. Hier will einer 10 SOL zum aktuellen Preis kaufen. Zack, hat er sie, habe ich ihn verkauft. Kann natürlich auch alles sein, wir wissen es nicht genau. Aber diese 13%, die sind nur frei. Und ein Großteil, nicht alles, das habe ich hier falsch geschrieben, nicht alles ist bereits an die Solana Foundation wieder verkauft worden. Das heißt, sie haben die selber zum aktuellen Marktpreis OTC, also nicht den Markt beeinflusst, gekauft, ohne dass hier eine große Markt Order war. Aber es sind noch roundabout 2%. Aber da streiten sich einige drum, andere schreiben 3%, andere sagt einer. Es gibt auch welche, die sagen, es sind alle verkauft worden. Es ist ziemlich schwierig, das Ganze nachzuvollziehen, weil die Wallets sind nicht 100% öffentlich, sie sind auch zum Teil gesplittet worden. Deswegen alles nicht so einfach nachzuvollziehen. Da müsste man alle Wallets, die ersten Wallets und so weiter, alles nachvollziehen. Ich glaube, da kann man einen Tag dran hängen, nur um das zu recherchieren. Aber unterm Strich haben sie sehr viel an die Solana Foundation verkauft und nicht auf dem freien Markt. Deswegen natürlich erstmal nicht dieser krasse Absturz nach dem 13., sondern Entspannung und eine kleine Erholung für den Solana Kurs. Die restlichen 26.740.743 SOL, die sie noch besitzen, die sind in einer Wallet, wie gesagt, das Ganze als Vesting, sie kommen gar nicht ran. Und diese Wallet, dieser Schlüssel der Wallet, der wird erst zwischen 25 bis 28. Der genaue Zeitpunkt ist nicht bekannt, weil es auch zum Teil gestückelt ist und nicht alles auf einen schlagt. Also bis 2028 ist auf jeden Fall alles frei, das kann man sagen. Und es ist aktuell vorgesehen, dass man das nicht auf dem freien Markt verkauft und auch nicht an OTC-Deals, sondern man verkauft den Wallet-Schlüssel. Auch spannend, dass man einfach sagt, wir verkaufen die Solana Coins gar nicht, sondern wir verkaufen unsere Wörter, also unseren Schlüssel zu dieser Wallet. Und dann kann derjenige damit machen, was er will. Dann liegt es nicht mehr in unserer Hand. Hauptsache, wir haben unser Geld hier erhalten, in der Hoffnung, dass vielleicht sogar noch der Solana Kurs steigt, um dann natürlich mehr zu erhalten. Also auch eine spannende Vorgehensweise. Aber ja, kann man so machen und beeinflusst natürlich nicht den Markt und nicht den Preis. Was natürlich auch positiv war für den Solana Kurs, keine Frage. Das Gericht hatte dann bestimmt, dass FTX Krypto im Wert von 100 Millionen pro Woche verkaufen darf. Und dieser Wert kann auf bis zu 200 Millionen die Woche erhöht werden. Da gibt es bestimmte Bedingungen und natürlich auch den aktuellen Marktwert. Also Sie können erstmal bis zu eine Million verkaufen, wenn die Kurse sehr gut sind oder bullische Nachrichten reinkommen, die Kurse ansteigen. Dann könnten Sie bis zu 200 Millionen höher verkaufen. Das liegt dann immer am eigenen Ermessen. Unterm Strich geht es hier auch immer noch darum, viel aus diesen Beständen herauszuholen, um den Gläubigern natürlich so viel Geld wie möglich zurückgegeben. Ja, und der Rest dieser aufgeführten Krypto werden nun wöchentlich verkauft, auch zum Teil OTC. Was ich sagte, weil gerade bei den zwei großen Bitcoin-Erführungen möchte man natürlich nicht den Preis beeinflussen, um natürlich auch viel aus ihren Coins bzw. Tokens rauszuholen, um den Gläubigern, wie gerade schon erwähnt, viel Geld und am besten so viel wie möglich zu bieten und zurückzuzahlen. Ja, das Ganze hatte natürlich, und das haben wir gesehen bei vielen Kryptowährungen, als dann so die ersten Zahlen, oh, sie halten noch viele Bitcoin, sie halten noch viele Führungen, sie halten noch viel XRP, Matic, was ja auch unter die Räder gekommen ist, weil sie ja auch mit Editing halten, sind die Kurse natürlich nach unten gegangen, aber jetzt, nachdem wir wissen, wie das Ganze aussieht, wie viel sie überhaupt haben und, ja, zum Teil sind es auch ganz andere Zahlen, wie die, die vor wenigen Wochen noch veröffentlicht wurden. Also man muss da immer erst abwarten, deswegen auch dieses Video zu einem späteren Zeitpunkt, nachdem man sich alles angeschaut hat, was ist da jetzt genau los, wie viel haben sie genau, welche Zahlen stimmen auch, welche Zahlen werden öfters genannt und nicht nur einmal und dann nie wieder. Deswegen ist das Ganze ziemlich schwierig und auch das Video erst wenige Tage später nach diesem Gerichtsurteil und nicht am gleichen Tag und dann hat man was Falsches gesagt und schon heißt es, der hat es gesagt und es war falsch. Also jetzt wissen wir Bescheid, wie das Ganze aussieht. Ich bin mal sehr gespannt, wie es nachträglich beeinflusst wird. Hauptsächlich interessiert mich der Solana-Kurs nicht, weil ich investiert bin, das wisst ihr, kein großer Freund davon, aber ich bin einfach sehr gespannt, wie sich die Community erholt und natürlich auch der Kurs erholt, weil Community, Meinung und Stimmung spiegelt sich natürlich an dem Kurs ein wenig wider. Die Frage ist natürlich auch an euch, kann Solana sich hier aus dem Ganzen befreien, nachdem FTX, einer der Hauptinvestoren, nicht mehr mit dabei ist? Was denkt ihr darüber? Schreibt gerne mal in die Kommentare. Ihr wisst, ich bin nicht der größte Solana-Fan, aber natürlich ist es auch interessant, hier zu beobachten, was hier gerade passiert und ob hier das Ganze nochmal eine Erholungs-Rally starten kann, weil auch im Livestream werde ich das öfteren gefragt, was denkst du über Solana? Meinst du, da kommt nochmal ein All-Time-High kommen? Aber man muss sich einfach mal mit der Realität beschäftigen und diese ist krass, wenn man dann einfach mal hingeht und sagt, wo war denn das All-Time-High? Und das All-Time-High, das sehen wir hier, das ist schon, ja, einige Prozent her. Also, wenn man genau trifft, sind es im tiefsten Punkt hier sogar, sind es fast 97 Prozent, wo Solana vom All-Time-High weg ist. Und das muss man über sich überlegen, das All-Time-High liegt bei 260 Dollar, je nach Börse ein bisschen anders. Muss man ganz ehrlich sagen, wir sind gerade bei 19 Dollar. Ich meine, im Kryptomarkt ist alles, alles möglich. Das ist definitiv richtig, aber von 19 Dollar auf 260 zu schießen, ist natürlich krass. Und wenn man dann bedenkt, dass der Hauptinvestor raus ist, dass der noch seine ganzen Bestände abgeben wird, man weiß nicht, was damit passiert, wenn dann die ganzen abgegeben sind, sprich die Wallet-Schlüssel verkauft wurde, wenn sie direkt auf den Markt gekloppt, sagt dann einer, hier, ich bin ein Unternehmen so und so und ich bin jetzt Hauptinvestor, kauft die Solana-Foundation selber wieder komplett zurück, ist das Ding dann noch dezentral, wenn so viele Token bei der Foundation liegen. Aber gut, Dezentralität bei Solana. Also viele, weiß ich nicht, wo geht die Reise hin, was passiert. Und daraufhin ist es natürlich schwierig, auch hier von neuen All-Time-Highs zu sprechen, weil wir haben hier keine vernünftigen Fundamentals, um zu sagen, wir gehen in diese Richtung, das passiert. Wir sind eigentlich nur ein großer NFT-Space, eine große Community, aber auch im NFT-Space ist es ja gerade so, dass NFT-Projekte Multi-Chain beziehungsweise sogar komplett abwandern. Also Multi-Chain ist so mal der erste Schritt, um zu sagen, pass auf, wir sind jetzt nicht nur auf Solana, wir sind jetzt auch auf Matic, wir sind jetzt auch auf Hörm oder sonst wo, um dann zu sagen, ach pass auf, Solana sind wir jetzt gar nicht mehr, zieht die alle rüber, wir gehen zu Matic und dann ist es natürlich schwierig, wenn hier Projekte abziehen. Also wir sehen aktuell, dass einige NFT-Projekte abziehen und NFTs, wie gesagt, sind eigentlich so die einzigste Community, die die Solana-Blockchain am Leben hält. Wenn wir dann auf DeFi schauen, ist da gar nicht viel los. Deswegen, so du wirst, ich möchte gar nicht Solana so schlecht reden, ihr wisst auch, ich bin kein großer Fan davon, einfach auch von diesem Proof of History langfristig gesehen, es kann einfach nichts werden. Deswegen halte ich es für sehr unrealistisch, dass Solana nochmal in die Region alter All-Time-Highs kommt. Aber möglich, ich sage es nochmal, im Kryptomarkt ist alles. Und natürlich auch ich, lasse mich gerne überraschen. In diesem Sinne, das ist meine Meinung und auch meine Informationen zu diesem ganzen Thema FTX, Solana und so weiter. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Gebt ihm gerne ein Like, abonniert gerne den Kanal und in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Noe! Hallo! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.